Janett Biedermann, 42, musste in den vergangenen Wochen ein großes Geheimnis bewahren. Seit Ausstrahlung des The Masked Singer-Finales am Samstag ist endlich bekannt, dass sich tatsächlich die Musikerin höchstpersönlich unter dem Kostüm der Disco-Kugel versteckt hatte. Sie landete in der beliebten Rad-E-Show auf dem dritten Platz. Mit Promiflash sprach Janett nach ihrem Exit noch einmal über die Sendung. Welche Personen wussten von ihrer Teilnahme an dem Format? Janett Biedermann, 42, musste in den vergangenen Wochen ein großes Geheimnis bewahren. Seit Ausstrahlung des The Masked Singer-Finales am Samstag ist endlich bekannt, dass sich tatsächlich die Musikerin höchstpersönlich unter dem Kostüm der Disco-Kugel versteckt hatte. Sie landete in der beliebten Rad-E-Show auf dem dritten Platz. Mit Promiflash sprach Janett nach ihrem Exit noch einmal über die Sendung. Welche Personen wussten von ihrer Teilnahme an dem Format? Ihre Mutter Marion habe ebenfalls schon während der Dreharbeiten von ihrer Teilnahme erfahren. Meine Mama habe ich eingeweiht, das musste ich einfach. Ich kann meine Mama nicht anlügen. Das geht einfach aufs Verrecken nicht, erklärte die 42-Jährige lachend. Außerdem habe sie ihrer Mutter keine Sorgen bereiten wollen, und ihr deshalb davon erzählt. Meine Mama ist natürlich auch teilweise über irgendein Recht, elle muss immer wieder um die Lorbe sein. In der passé waren wieder ein gemeinsamer,